Herzlich Willkommen bei Canisius TV. Sie sehen es, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer. Wir sind noch in der Wüste, allerdings in einer anderen Wüste. Wir sind jetzt nicht mehr an der Masada, oben in der Wüste von Judäa, sondern wir sind nach Süden gekommen. Wir sind in Ägypten, hinter mir die Pyramiden. Und das hat einen Grund, denn der Protagonist der letzten Kapitel des Buches Genesis, der lebte viele Jahre lang hier in Ägypten. Das ist der Sohn des Jakob oder einer der Söhne des Jakob, nämlich der Josef. Die letzten 13 Kapitel des Buches Genesis sind nämlich eine eigene, in sich geschlossene Geschichte, nämlich die von Josef und seinen Brüdern. Und das ist eine Perle an Literatur, die ich ihrer Lektüre nur empfehlen kann. Thomas Mann hat ja ein dickes, vierbändiges Werk aus diesem Stoff herausgesponnen, Josef und seine Brüder. Ja, wir wollen an dieser Stelle nur zwei Episoden herausgreifen. Vielleicht lesen sie morgen und übermorgen einfach mal die Kapitel 37 bis 50 flankierend mit. Es lohnt sich. Ich muss an diesen beiden Tagen die Geschichte von Josef und seinen Brüdern in seinen Grundzügen als bekannt voraussetzen, um zum Beispiel Vergleiche zwischen Josef und Jesus anstellen zu können. Heute drei Punkte über Josef und seine Brüder. Erstens Bruder Liebe und Bruder Ibe. Wir Jesuiten haben bei uns im Orden ja nicht nur zum Priester geweihte Patris, sondern auch Brüder. Früher bildeten die Brüder eine eigene Fraktion, hatten ihre eigenen Treffpunkte, ihr eigenes Kaffee trinken. Heute mischt sich das schon allein aus Zahlengründen etwas durch. Und wenn unsere Brüder im Orden sich unter eins trafen, dann, so sagten sie nämlich selber, ist er meist nicht fern, der Bruder Zwist. Ja, wo man eng zusammenlebt, da reibt man sich und manchmal reibt man sich dann auch wund, auch unter Patris und Brüdern, auch in den besten Familien. Ja, dann verkauft man schon mal den anderen für dumm, man kanzelt ihn ab oder macht einen Witz auf Kosten anderer. Manchmal bereut man das zwar, aber nicht selten ist es dann zu spät und das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen. Zweitens vom Schneeball zur Lawine. Ein Verbrechen braucht immer weitere Untaten, damit es nicht herauskommt, was man getan hat. Die Söhne Jakobs versündigen sich nicht nur an ihrem Bruder Josef, den sie an ismailitische Kaufleute auf dem Weg nach Ägypten verkaufen, sondern auch an dem Vater Jakob. Dem erzählen sie natürlich nicht, was sie gemacht haben, sondern erzählen ihm, ein reißerisches Tier habe ihn gerissen, getötet. Und als Dokumentation, als Beweisstück zeigen sie ihm seinen Rock. Das Festgewand, das der Vater Jakob für Josef hatte stricken lassen, Blut getränkt von den Tieren. Und so muss die Notlüge her und dann muss noch eine Notlüge her, weil die Notlüge auch nicht so sicher ist. Und so entsteht nicht selten ein imposantes Lügengebäude, das dann freilich auf einem wackeligen Fundament steht und einsturzgefährdet ist. Oder wie man vielleicht auch in einem anderen Bild sagen könnte, ein einziger Sündenschneeball kann eine ganze Sündenlawine auslösen. Und drittens und letztens vom Tellerwäscher zum Millionär. Wir wissen es, Gott wird das Unheil über Josef und seine Brüder wenden. Aus dem verkauften Sklaven wird der Premierminister Ägyptens. Josef wird zum zweiten Mann, gleich hinter dem Pharao und als solcher wird er seine Brüder und deren Familien vor dem sicheren Hungertod bewahren. Besser hätte Hollywood den Stoff für die Story nicht erfinden können. In der Osternacht, da singen die Christen von der Felix Kulpa, der glücklichen Schuld. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Brüder sogar noch stolz auf ihre Untat sein können, ihren eigenen Bruder verkauft zu haben. Kein Sorry, macht nix, Schwamm drüber, bitte keine Verbrechen verbrämen und zur Heldentat hochstilisieren. Aber Gott kann auch aus dem schlimmsten Unheil heil sprießen lassen. Ja, denken wir an Golgatha und Ostern. Niemand hätte erwartet, dass der verkaufte Sklave Josef einmal die Rettung für seine Brüder sein würde. Niemand hatte am Karfreitag erwartet, dass der gekreuzigte Jesus der Retter aller Menschen sein würde. Ein Gott, der das Geschick des Josefs so wenden konnte. Ein Gott, der das Geschick Jesu so wenden konnte. Ein solcher Gott kann jedes Geschick wenden. Ein solcher Gott, der kann nicht nur einen Josef aus dem Brunnen, sondern auch mich und dich aus meiner, aus deiner Krise herausholen. Ich bete, Herr Jesus Christus, du bist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Wir bitten dich für alle Familien, in denen der Bruder Zwist Einzug gehalten hat. Wir bitten dich für alle, die sich in Sünde verstrickt haben und in ein Lügengebäude verschanzt haben, schenke ihnen den Mut zu freimachender Ehrlichkeit. Wir bitten für alle Menschen in ausweglosen Lebenslagen, die im Stich und alleine gelassen wurden, öffne ihnen eine Tür zu einem neuen Horizont. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Sorgen und Nöten. Und wir beten für die Verstorbenen, führe sie aus dem Dunkel des Todes in das Licht des Lebens. Herr Jesus Christus, mach uns demütig vor dir und brüderlich unter den Menschen, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Ja, weiß nicht, sind Sie in einer großen Familie mit vielen Geschwistern groß geworden oder sind Sie ein Einzelkind, das also weder den Segen noch die Schwierigkeiten von Geschwistern erlebt hat? Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag und dort werden Sie viele Brüder und Schwestern treffen, jedenfalls, wenn Sie die Welt mit christlichen Augen sehen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag in geschwisterlicher Harmonie mit Ihren Mitmenschen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Und der Segen des guten Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über dich und die Deinen und bleibe bei dir alle Zeit. Amen. Morgen noch einmal. Josef bis morgen hier aus Ägypten. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020